Ja Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Wir haben beim letzten Mal mit einem kleinen Absturz zu kämpfen gehabt und dennoch die... äh, das Grab mal von Snufruh erfolgreich beendet. Und wie am Ende der letzten Folge erwähnt, werden wir uns in dieser Folge den Aussichtspunkten auf der Karte oder in dem Gebiet hier widmen. Und vielleicht auch noch die nächste Nebenquest annehmen. Gucken wir mal, wie lange das Ganze dauert. Neuer Ort entdeckt, Geiernest. Gucken die jetzt alle auf mich zu und wollen mich töten? Ja, keine Ahnung. Kein Bock jetzt hier ein Geiernest auszunehmen. Hätte ich den Imba-Geier getroffen, wäre gut gewesen. So ist es halt so. Ist aber auch kein Beinbruch. Was ist das hier? Das ist wieder ein Fragezeichen, was ein Eingang zu sein scheint, zu irgendetwas, was schön gülden leuchtet. Okay. Hui. Da müssen wir hoch. Bis der Hauptquest ist noch ein Schleif. Aber wir werden erstmal in diesem Gebiet die ein oder andere Nebenquest machen. So ganz ignorieren möchte ich Gebiete nicht. Dafür, das wäre einfach zu schade. Aber wie schon gesagt, komplett, voll, ständig werde ich auch nicht alles machen. Okay. Ganz schön hoch. Lässt sich ein bisschen angenehmer klettern als auf den klassischen Pyramiden. Ist hier was außer der Aussichtspunkt? Nope. Weltkarte aktualisiert. Yay. So, wir gucken mal ganz kurz, wie viel... Was Neues aufgedeckt? Nee. Hier scheint ein Eingang zu sein, zu irgendwas. Vielleicht zu der Pyramide hier. Das gucken wir uns mal genauer an. Oh yeah. Da. Da. Hier kann ich nicht so gut runtersliden, ne? Das ist natürlich an den... Bei den klassischen Pyramiden. Cool. Ich weiß nicht, sind diese Pyramiden... Ich glaube, ich habe das sowas ähnlich schon mal gefragt. Sind diese... Sind das quasi noch nicht fertige Pyramiden? Also sind die so... Vielleicht war ja der Prozess des Bauens so, dass man erst... Okay, ich dachte, das gibt Schaden. Dass man die Pyramiden erst so gebaut hat und dann quasi außen die Steine so aufgeschichtet hat, dass eben diese glatte Fläche entstand. Ich weiß das nicht. Ich habe davon ja null Ahnung. Ich bin ja auch kein Archäologe oder bin... Ich setze mich auch nicht so viel mit Geschichte auseinander. Noch ein Grabmal? Dann machen wir in der Folge nämlich noch ein Grabmal. Grabmal von Djosor. Ja, dann... Der alte Djosor ist ein komischer Name, oder? Ein... Also klingt jetzt irgendwie so ungewöhnlich für Ägypten. Gut, finde die antike Tafel. Alles klar. Wissen wir, was wir in der Folge machen. Zab, zarab. Dann gibt es die weiteren Aussichtspunkte eben in der nächsten Folge. Erinnerung. Manche Objekte können bewegt werden. Mit Österreich kannst du ein Objekt... La, la, la. Immer diese dezenten Hinweise. Ja, lass los. Ja, lass los. Danke. Ist hier hinten denn vielleicht noch was? Auf das wir nie wieder die Fluten erleiden müssen, welche die Hungersnot brachten, hat der Händler Hannu seine Getreidesäcke hier platziert. Es ist genug, um 100 Leibebrot mit 20 Pfezu oder 10 Kannen Hattel Malzbier mit 4 Pfezu herzustellen. Was sind Pfezu? Erinnerung, du kannst dich durch Spalten quetschen, bringt aber nicht, steht was davor. Könnt ihr mir vorstellen, dass das der Rückweg oder so ist? Wie geht's durch? Boah, Schlaf im Auge, immer noch. Obwohl ich eigentlich schon länger wach bin. Ist das nur für so ein Kristall gewesen? Ja. Ich hab, weißt du, Gedächtnis wisst ihr ja, ne? Wie heißt das nochmal? Kieselglas, meine Güte. Meine Güte, hier müssen wir langen. Nicht nach oben, weiter nach unten. Ist der richtige Weg. Da ist ne Spalte. Ich will da rein. Schatzkammer. Da ist noch nichts, da können wir alles mal zappen. Aha. Easy. Noch so ein Kieselglas-Ding. Ein Schätzchen. Na, Kohlschafpistall. O Großer und glorreicher... K-Knum-Kunum. Ich, dein demütiger Diener Djoser, opfere dir diese Votivgabe, auf das du auf uns lächelst und die siebenjährige Hungersnot beendest, die unser Land heimsucht. Ja, gut. Eisen. Sehr schön. Hätten wir das, soll ich hier, müsste... Ne, das hab ich da weggezogen. Wo geh ich denn jetzt hier hin? Hier lang gehe. Ich bin verwirrt. Na, noch ein Schatz. Sehr schön. Schätze sind immer gut. So, wir quetschen uns wieder hier durch. Und müssen hier lang. Glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. So, hier machen wir mal an, Junge. Nimmst du mit. Den machst du auch mal an. Ich hab komische Geräusche. Ach, weil ich über so ein Skelett gelaufen bin. Imutep, der in Frieden kommt. Kanzler des Königs von Unterägypten. Arzt. Erster nach dem König von Oberägypten. Verwalter des großen Palastes. Mitglied der Elite. Hohepriester von Heliopolis. Baumeister, Vorsteller, Werft und Hersteller von Gefäßen. Geehrt im Tod. Wie im Leben. Hersteller von Gefäßen ist natürlich ganz wichtig. Er hat wahrscheinlich zu Hause gesessen. Und hat irgendwie mit Ton hantiert. Und hat dann solche... ...solche Gefäße hergestellt, die... ...nur eine Mutter lieben kann. Ich habe eine Schlange angezündet. So. Schon wieder nicht gesehen, die Viecher. Ich sehe die ja nie. Oder selten. Okay, da müssen wir irgendwie auch von der anderen Seite... ...erst mal ein paar Krüge kaputt machen. Kriegen wir aber hin. Es werde Licht. Es werde Licht. Ich verarschen. Irgendwie... Irgendwie. Ist es die Schlange unbesiegbar? Ist sie gar nicht. Aber sie hätte mich fast besiegt. Was ich gar nicht cool fand. So. Ah. Hä? Gut. Ah. Da ist auch schon die Tafel. Wunderbar. Dann sagte seine Majestät Cheops, der König von Ober- und Unterägypten. Opfert 1000 Leibebrot, 100 Kannen Bier, einen Ochsen und zwei Kugeln Weihrauch für Djoser, den rechtmäßigen König von Ober- und Unterägypten. Und gebt einen Kuchen, eine Kanne Bier, eine große Portion Fleisch und eine Kugel Weihrauch dem obersten Vorlesepriester, da mir seine Gelehrigkeit ein Beispiel... Gelehrigkeit? Ist das nicht eher Gelehr... Gelehrtheit? Gelehrigkeit? Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Yes! Antike Tafel gefunden! Freude! Aber hier offensichtlich noch nicht ganz fertig. Und seine Erlauchtheit beauftragte Imhotep, ihm ein Heim für das Nachleben, ich habe gerade Nachtleben gelesen, für das Nachleben zu errichten. Und Imhotep sagte, es soll deine Herrlichkeit repräsentieren und als Zeichen deiner Größe die Zeitalter überdauern. Er nahm 20.000 Männer und sagte, Tod, sende mir eine Vision, wo ich eine Masterbar errichten soll, die größer ist als alle anderen. Und das Volk sagte, wir geben dir alles, was du brauchst, um unseren großen Vater zu erinnern. Yay! Huhu! Okay. Ich habe das Gefühl, wir sind hier noch nicht ganz fertig. Ich weiß ja nicht. Hier ist schon wieder so eine Schatzkammer. Sohn des Horos, Herrscher über alle, Repräsentant der Götter, Errichter von Tempeln und der Kultur, geliebter Vater unseres Volkes. Gioza Nettieri-Chat. Alles klar. Eine Büste. Die hilft mir aber nicht weiter, hier reinzukommen. Kann ich von hier? Ja, sehr gut. Da müssten wir doch jetzt wieder zurück. Hallo! Das Spiel hat sich mal wieder aufgehangen. Und ich habe keinen Bock, jetzt nochmal durch das Grab, nur um da am Ende im Zweifel diesen Schatz da noch zu finden. Wir haben die antike Tafel, wir haben das, was hier wichtig ist und wichtig war. Und ganz ehrlich, ich habe die Schnauze voll. Wir gucken mal, ob wir noch zu dem Aussichtspunkt kommen. Nicht die Fackel. Nein! Ah! Weißt du, wenn du nur einmal die Woche ein Spiel spielst, ne? Du kannst dir nichts merken. Wo ist jetzt der Aussichtspunkt? Da hinten. Okay. Ja, den Aussichtspunkt, den gucken wir uns jetzt noch an. Und dann habe ich ehrlich gesagt nach dem dritten Absturz jetzt in der Aufnahmesession für heute auch dezent die Schnauze voll von Assassin's Creed. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Also ich bin mir fast sicher, dass das mit dem heutigen Patch oder mit dem Patch, der jetzt in den letzten Tagen kam, zusammenhängt. Weil vorher ist mir das auch, ich glaube, zweimal oder dreimal passiert. Aber eben zwei oder dreimal in 80 Folgen und nicht zwei oder dreimal innerhalb von einer Aufnahmesession. Das heißt, irgendwas, weiß ich nicht, scheint da nicht ganz zu stimmen. Wenn das jetzt nächste Woche in der Aufnahmesession genauso ist, dann wäre das äußerst... Hilft den Rebellen? Dann wäre das natürlich äußerst ärgerlich. Ich meine, es ist halt immer nervig. Man startet halt immer an anderen... Man hat zwar... Die Checkpoints sind relativ fair gesetzt. Aber man startet halt von der Charakterposition her nie da, wo das Spiel abgestürzt ist. Sondern immer eben da, wo der letzte Speicherpunkt gesetzt wurde. Und das ist halt jetzt wie... Ich hätte den Schatz eben gerne noch geholt, aber nur weil das Spiel abstürzt, gehe ich halt nicht nochmal in die Pyramide und... Latsche da nochmal durch. Und das ist halt immer... Das ist halt einfach nervig und... Und ärgerlich. Und mindert natürlich... Wenn das einmal passiert, okay, kannst du sagen... Ja, jedes Spiel schmiert mal ab. Ja, kann immer mal passieren. Wer weiß, warum. Aber dreimal in einer Aufnahmesession, das ist halt... Das finde ich halt ein bisschen viel. Was stimmt nicht mit dir? Ist das der Einzige? Ich meine, dann helfen wir bei den Rebellen. Wein-Nord gibt ja Erfahrung, glaube ich, ne? Oder nicht? Wesentlich. Zu gütig. Ich danke dir. Ich muss hier verschwinden. Hilf den Rebellen, befreie die Gefangenen. Yay! 100 Erfahrungspunkte. Haben oder nicht haben? Haben oder nicht haben? So, was... Was machen wir jetzt? Wie machen wir es jetzt? Hier unten haben wir noch einen Aussichtspunkt. Huch. Das ist ein ganz schön weiter Weg. Boah, easy. Kein Ding. Ist das da hinten eine Hyäne? Das sieht so... Bleib mal hier. Ja, ist die Hyäne. Okay. Ähm... Boah, mal eben zwei Kilometerchen in die Richtung. Also nach... Süden. Hallo. Halt die Klappe. Lass mich in Ruhe. Sei meine Mauer, wenn du Bock drauf hast. Aber lass mich damit in Ruhe. So. Ist das ein Weg, den ich hier nachreite? Ja, ne? Sieht irgendwie so aus. Willen wir doch mal dem Weg ein bisschen zu folgen. Vielleicht führt er uns ja wundersamerweise zum Ziel. Ich weiß es nicht. Wir werden hier einfach den letzten Aussichtspunkt unten in der Folge noch machen. Dann haben wir nämlich das tatsächlich zusätzlich in dieser Folge erledigt. Bist du... So eine Wache? Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier durchreite. Wo ich hier rum... Wo ich hier rumgaloppiere. Aber irgendwie sieht das ja ganz gut aus. Nehmen wir den Weg. Entschuldigung. Yay. Die Hälfte der Strecke haben wir fast. Ich reite aber irgendwie davon weg, ne? Ist auch nicht cool. Komme ich hier hoch und hier durch? Und überhaupt... Nitria. Nitria? Ich glaube, Nitria würde ich es jetzt instinktiv. Wow. Ist das der Ort? Oh ja. Darf ich gar nicht hin. Äh... Hier bin ich ja vollkommen verkehrt. Ähm... Ja gut, aber ich würde sagen, dann... Ne, ne, dann machen wir den... Äh... Machen wir den Aussichtspunkt doch in einer anderen Folge. Denn wir haben ja jetzt hier in Nitria... Schnellreisepunkt, Speicherpunkt... Ich steig mal ab. Gucken wir doch mal. Vielleicht beim ersten groben Erkunden, was cooles finden. Das ist ein Geriott. Okay. 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 ist auf jeden Fall mal eine Abwechslung so ein kleines Dorf so eine kleine Siedlung in so einem eher schluchtartigen Gebiet finde ich cool wir gucken uns hier in der nächsten Folge genauer um Hauptmann Russis du musst die Soldaten aus allen vier Stationen rund um die Natronmine sammeln und sofort ins Fahjum kommen lass zurück was immer dir entbehrlich scheint okay hier in Mitria geht's beim nächsten Mal weiter ich sage bis hierhin danke fürs Zuschauen es hat euch gefallen und ciao ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.